Hey blutigen Fleischmonster der Ishimura. Herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Ja. Und danke an Lara Schatzi, die mir die Thumbnails macht. Ich mache immer schön die Screenshots so ein bisschen und sie macht mir dann, sie bearbeitet mir die Thumbs daraus, voll cool. Danke. Oh oh. Das Loch ist hinter mir und das klang als wäre es hinter mir. Oh, vor mir ist auch ein Loch. Nevermind. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Alter. Oh, scheiße. Holy fuck. Weck mich am Arsch. Wir sagten, das wäre eine Reparaturmission und nicht, dass ich meinen toten Bruder sehen würde. All diese Toten. Stell dir vor, was der Marker in den falschen Händen anrichten könnte. Geht das jetzt wieder um die CEC? Ich denke nur nach. Wenn irgendein Firmenarschloch versucht, den Marker zu klauen, könnten wir beide etwas dagegen tun. Dieses Wenn erscheint mir etwas gewagt. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht. Wenn ich mich nicht konzentriere, geht uns die Luft aus, bevor es eine Rolle spielt. Deshalb, wenn ich ihn jetzt auf. Ich gehe den gehen. Kann keine! Was ؟ Es wird auch immer fucking schlimmer, ne? Alter. Oh mein Gott, sieht das hier scheiße aus. Holy shit. Aua, wer denn? Was denn? Aua, wo denn? Da. Oh, du Arsch. Wo ist das Vieh? Ey, wo bin ich? Ich bin völlig desorientiert. Okay. Kann ich das hier zerstören? Nee. Ist hier jetzt irgendwie ausschaltend. Um Gottes Willen. Ach so, wahrscheinlich, ah. Wahrscheinlich Starzer einfach, oder? Ja, ja, weil die Dinger sich drehen. Ja. Okay. Scheiße. Alter. wo denn noch alter mann mann sieht so schlecht so Schwerelosigkeit deaktiviert. Ah, ich habe die Tabouine ausgemacht, warte mal. Schwerelosigkeit aktiviert. Ei, ei, ei. Okay. 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 Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, das ist aber ganz schlecht gerade. Oh. Oh. Oh, god. 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 Oh. Oh, god. Oh, god. Oh. Oh, god. 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 next stop dieses handlos auf seite des kapitäns ich habe alle regner aus den reinigungsgeräten entfernt und soweit wie möglich aufgedreht verrückt aber das ist alles was ich tun kann so sollte zumindest ein teil des gases verbrennen denke ich scheiße ich habe keine ahnung ich muss alles versuchen zu sehen wie dhaka ihre eigene lunge aus kotzt löscht ich kann nicht das kann nicht sein oh gott hilf uns und muss wir zurück naja stimmt hier ging es ja weiter das war auf so high like a in the sky Isaac, bitte, ich brauche dich. Hilf mir. Ich habe keine Mad Kids mehr. Kann das sein? Doch, zwei. Oh, oh. Sie ruhen jetzt. Danke. Der Stoffwechsel des Leviathan verlangsamt sich. Krass. Irgendwas stimmt nicht. Es muss funktioniert haben. Mit den Enzymen hätten wir einen Frachter auflösen können. Okay, ich entsperre das Lebensmittellager. Gehen Sie zurück und schicken Sie den Bastard ins All, solange es noch geht. Oh. Ach so. Ah, hier sind wir auf der anderen Seite. Ah, okay, okay. Cool. Schwerenlosigkeit aktiviert. Maximale Last. 2,6 Tonnen. Ja. Mit dem Anzug. Ey. Der Anzug sieht so aus, als könnte es hinkommen. Schwerenlosigkeit deaktiviert. Trinke, trinke. Oh, richtig krass, ey. Ja. Was ist der Anzug? Ah. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck. Wie soll ich das eigentlich machen? Achso. Ich kann zwischen den Dingen. Ach, easy. Oh, die ging schneller auf. Nice, nice, nice. Wir sind zurück. So, erstmal Shopping Queen. Oh, okay, cool. Ja. Auf jeden Fall nochmal zwei davon. Ja, gut. Haben wir noch Muni? Gar nichts mehr. Scheiße. Dann hätte ich mal lieber Cutter Muni kaufen müssen. Scheiße. Ja, müssen wir einmal machen. Hilft nichts. So, dann speichern wir einmal ab. So, und dann? Geht's jetzt... Oh, das wird crazy shit. Das wird crazy shit jetzt. Mitteld. Weltkrieg. Schleuse. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzyme. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Oh, fuck. 10 Kilotonnen. Was ein Leichtgewicht. Oh, fuck. Oh, ja, ich erinnere mich. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, das... Das wird kacke, Leute. Das wird scheiße. Okay, 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 okay. Oh, fuck. Oh, ha, 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 ha. Yo. Oh, fuck. Das war's für heute. Oh, der wird mich treppen. What the fuck? Oh, der wird mich treppen. Toxische Gefahr registriert. Oh, was? Oh, Gott. Nein, nein, er stößt alle seine Gasreserven auf. Er ist Wasser am Ende. Isaac, erledigen sie. Aber, alter. Alter. Oh. Aua. Alter, jetzt wird ich mir hier irgendwie irgendwann getroffen. Aua. Boah, was? Zum Teufel, Alter. Krass. Krass, Alter. Dadurch, dass das alles so ein bisschen träge ist, weil du musst ja nachladen, dich heilen, du kannst nichts gleichzeitig machen, ist das gar nicht so einfach, Alter. Schwerlosigkeit aktiviert. Crazy shit. Ich glaube, ich nehme mal die hier, weil die einfach mal ein bisschen schneller ist. Ah, natürlich. Ah, fuck. Shit. Oh, was? Ja, okay. Weißt du was? Äh, ich... Ja... Ja, 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 ja. Ich glaube, ich scheiße auf diese komischen Dinger. Und du, hau mal ab hier. Alles im Weg. Irritiert mich. So, wer will? Der unten. Aua. Mein Gott. Alter, was zum Teufel, ey. Der oben. Der unten. Der ensemble. Entschuld. Jia. Der unten. Der unten ist schnell. gonna see. Der στην predator. Aber du siehst den Das war's für heute. Nein, nein, nein. Er süßt alle seine Gasreserven auf. Er ist Wasser am Ende. Isaac, erledigen Sie. Alter, Aua. Alter. Boah. Alter. Ey, alter. Was? Wie soll ich das immer... Alter, das ist super schwierig. Das zu dem ausweichen und so. Alter, Schwede, ey. Scheiße. Crazy, ey. Siehste? Und sowas zum Beispiel auf schwer. Nee, Leute. Nee. Nee, nee. Das muss ich echt nicht haben. Oh, das wollte ich nicht. Das brauche ich. Oh, jetzt sehe ich aber erst mal, wie viel... wie viel Stuff hier überall noch ist. Hier sind auch noch Mad Kids und sowas. Guck mal, das fliegt hier alles noch rum. Crazy. Guck mal, was hier alles rumfliegt überall. celeste. Deine Yupe. Deine Yupe. May be Sauce. Billo. An ... Ja, Sauerstoff ist aber wirklich keine schlechte Idee, ne? So, warte mal. Achso, ah ok. Bleib mal hier ganz hinten, das ist sonst echt... Darf nicht so dicht rangehen, das ist echt scheiße sonst. Oh nein! Oh, da bin ich genau reingep... Ah, Svadum! Ah! 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 Toxinscher Gefahr registriert. Nein, 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 er stößt alle seine Gasreserven auf. Er ist fast am Ende. Isaac, erledigen Sie ihn. Ah, es aber. Ich weiß nicht, wie ich Luft mache. Oh. Ich weiß nicht, ob das was bringt hier. Ich weiß nicht. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, weg damit, Alter! alter schwede war das krass holy fuck leck mich doch am sack jacob mein jacob zuletzt war auf dem abbaudecker mit den anderen überlebenden er sagte sie bauen dort einen sos sender ist er fertig er ist wohl fast fertig ich habe aber nichts mehr von ihm gehört schon länger nicht ich kann jetzt noch nicht weg ich muss sicherstellen dass die luft ungefährlich ist aber wenn sie diesen sos sender finden rufen sie hilfe mach ich abbaudeck ok verstanden und wenn ich jacob treffe sagen sie ihm ich finde ich will ihn nur wiedersehen heilige scheiße kapitel 7 und ab jetzt ins leere genau damit da kann ich mich daran erinnern das heißt nämlich in englisch into the void ja und da habe ich aufgehört mit dem spiel das heißt der rest wird theoretisch absolut blind ich kann mich zumindest nicht daran erinnern dass ich dead space 1 schon mal durchgespielt habe wie gesagt immer nur drei viertel also der rest wird blind das wird für mich ein absolut geiles abenteuer leute hier machen wir jetzt mal schluss und sehen uns sehr sehr gerne im nächsten part wieder zu der spatze das war ein krasser boss fight ey was für ein krasses vieh oder haha geil ja dann bis zum nächsten mal machts gut das war ein krass